Das könnte man wahrscheinlich noch softwaretechnisch australieren, dass man vielleicht eine Zeitspanne bequiert, oder? In der Halbzeit. Ja, ich hab eigentlich das ist ja so gerade mit zehn Minuten geschrieben. Lass ja mal die Bahn am Tisch. Wir haben zwei paar Minuten runterfaselt. Funktioniert super. Da links die Tiere in sich. Die Roboter kommen! Ich hoffe, da steht uns noch. Ah, super! Schwierig, schwierig, ja. Die Zettel werden. Gewalten. Und wie heißt er? Keksi. Ich hab einen guten Keksi. Ich hab einen Keks.